Hallihallo Hallöchen, herzlich willkommen wieder zurück zum Online-Ethik-Kurs hier, naja eigentlich zu Stanley Parabel, wo wir auch direkt wieder loslegen wollen und einfach mal kurz über diesen ganzen Erzählkram hinüber reden. Ich hoffe, ich mache mich laut genug, dass man ihn weniger verstehen kann und mich laut genug, dass man mich ordentlich verstehen kann. Wir haben ja anscheinend schon einiges erlebt hier, oder Stanley Parabel, ich weiß nicht, wie viel man hier erleben kann in dem Game selbst, aber, naja, wir versuchen mal hier so ein bisschen schneller durchzukommen. Und, ja, genau, ich finde das, manchmal nervt der Erzähler mich schon so ein bisschen, wenn er die ganze Zeit am Quaken ist, aber... Naja. Ja, ist halt eben so. Was? Oh, ja, Entspannung. Und, ja, das ist New Age Music. Ich weiß immer noch, dass es hier aufgeht. Feeling soothed and rejuvenated. Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Kann man da sich eigentlich töten? Das müsste ich nächstes Mal ausprobieren. Aber wir gehen ja mal weiter. Gehen hier rein und dann hier runter. Wir kennen das ja alles schon. Also die, die die vorherigen Folgen gesehen haben. Ansonsten guckt mal in die Playlist rein davon und schaut sie euch an. Wir waren hier ja schon. Also das ist alles kein Thema. Wir wollen, ich mag hier einfach nur unterschiedliche Endings packen und finden. Okay. Stanley realized, he felt a bit peculiar. Okay. Ja, wir wissen es ja, wir haben hier eine Gedankenlesemaschine und Co. Stanley walked straight ahead through the large door that red mind-control facility read. Ja. Das tun wir auch gerade. Drücken hier drauf. Gehen weiter. Ich hab's wirklich eilig, ich bin gerade hektisch. Ja, Entschuldigung. Deswegen, weil hier eh gleich das kommt, was wir hier schon wissen und kennen. Ja, das hatten wir ja die letzte Folge schon gesehen. Nein, ich bin nicht genervt vom Erzähler gerade. Was kommt einem vielleicht nur so vor? Ich weiß es nicht. Ja, viel zu schrecklich. Hat Stanley wirklich unter jemandem Kontrolle all diese Zeit gewesen? War das die einzige Grund, warum er glücklich war mit seinem arbeitenden Job? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ah, hier lang. Gut. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich geh ja weiter. So, diesmal gehen wir auf den Off-Knopf. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Fertig, vielleicht? Ende? Es ist leicht dunkel. Ich seh nichts mehr. Ja, das ist die Frage. Vermutlich ja nicht. Oh, doch. Er hat sich verletzt, die Maschine verletzt. Er hat sich nicht verletzt, von jemandem'n command. Freiheit war nur ein Moment weg. Und zwar, als die große Tür öffelt, Stanley reflektierte, wie viele Puzzle noch nicht verletzt war. Wo waren seine Co-Werkers? Wie wurde er von der Maschine getötet? Was andere Mysterien hat dieser strange Begründung gehalten? Aber als die Sonne ausgeliehen in die Chambre, er wusste, dass das nichts für ihn interessiert war. Denn es war nicht Wissen, oder sogar Wissen, dass er nicht Wissen war, sondern Wissen. Vielleicht war sein Ziel nicht zu verstehen, sondern zu lassen. Niemand würde ihm sagen, wo zu gehen, was zu tun oder wie zu fühlen. Whatever Leben er lebt, wird er sein. Und das war alles, was er brauchte, zu wissen. Es war vielleicht das einzige, was zu wissen war. Stanley hat durch die öbliche Tür gepackt. Stanley fühlte sich die kugelnden Fliege auf seinem Haut. das Gefühl der Liberation. Die riesige Möglichkeit des neuen Wegs vor ihm. Das war genau der Weg, gerade jetzt, dass Dinge passiert sind. Und Stanley war glücklich. Wir machen noch eine Runde, einfach um... Ja, keine Ahnung, hier... All of his co-workers waren... Wait... No... This isn't the right office, is it? Was? Is there Stan's office? Ist das jetzt was anderes? Will er mich jetzt verarschen? Er hat irgendwer hier was anderes geredet. Nein, wir hören dich einmal nicht auf ihn. Das war auf der direkten Weg zum Gespräch. Und Stanley wusste es perfekt gut. Vielleicht wollte er erst einen Stopp bei dem der Arbeitgeberlounge erst, nur um ihn zu erinnern. Ah, ja. Wahrscheinlich ein Raum, die man zu erinnern hat. Und es war wirklich der Detour, nachher alles, nur um ein paar Minuten hier in diesem immakulaten, beautifully konstrukteten Raum zu erinnern. Ja. Die Uhr geht weiter. Okay, gut zu wissen. Das ist eigentlich die richtige Uhrzeit an. Ja. Die Uhr geht weiter. Okay, gut zu wissen. Das ist eigentlich die richtige Uhrzeit an. Vermutlich. Darum geht's nämlich. Seid ihr zufrieden mit eurem Leben? Füllt ihr euch frei? Stanley sat around, waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Okay. Die Nachricht war vielleicht irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal. Ich hatte ja noch vor, ein extra Video zu machen, wo ich meinen aktuellen Gemütszustand schon ein wenig erläutere. Weil ich aktuell auch ein wenig unzufrieden bin mit allem drum und dran. Aber das werde ich in einem anderen Video erläutern. Nicht unzufrieden mit meiner Situation, sondern unzufrieden mit meiner Arbeit. Aber anscheinend kommt hier nichts mehr. Also gehen wir mal weiter. Aber am Ende hatte er genug von der unglaublichen Raum und er nahm die erste öbliche Tür auf seiner Seite, um zurück zu Business zu kommen. Ja, gehen wir mal hier links lang, wirklich. Und so hat er durch die Unterhaltungsektion durch die Unterhaltungsektion geschah direkt vor zur öblichen Tür und er kam zurück. Aber Stanley wollte nicht zurück zurück zu dem Office gehen. Er wollte überraschen und um ihn noch weiter entfernen. Also um zurück zu kommen, um ihn zu gehen, um... ähm... ... ... ... ... ... ... Was ist mit rechts? Was ist mit rechts eigentlich? Oder hier lang? So, so als Frage. Wie wär's mit rechts? Jetzt ist mal wieder so die Freude pur hier. Oh nein, nein, es ist auf der Seite, mein Fehler. Nein, 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 nicht auf der Seite. Warum hätte ich immer gesagt, es war auf der Seite? Was war, glaube ich? Ja, genau, was hast du dir aber gedacht? Oh, mein Gott, wirst du noch einen Moment, bitte? Mal sehen, wir gingen nach rechts, 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 rechts. Ja, ja, okay, okay, ja, ich habe es jetzt. Diese Geschichte ist absolut, definitiv, dieser Weg. Nein, 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 nein. Das ist nicht richtig, du sollst nicht noch hier sein. Das ist alles ein Spoiler. Richtig, Stanley, loskriege deine Augen. Okay, 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 wir müssen nur zurück, ähm, oh. Wer bin ich schuldig? Oh, jetzt schmecke ich nicht wieder rum. Wollt ihr mich verarscht bei ihm? So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Ich gehe jetzt wieder in den selben Blick. Einfach nur um zu wissen, ob genau exakt dasselbe passiert. Nur jetzt schneller. Wenn Stanley... Warte, warte, was? Ja. Nein, ich habe wieder angefangen. Ich versuche, ich habe definitiv wieder angefangen. Total fresh. Alles sollte... Oh, hat sich etwas verändert? Stanley, hast du etwas verändert, als wir zurück in der Raum mit den Monitern? Hast du die Geschichte geändert? Oder... Hold on. Warum frage ich dich? Ich bin derjenige, der die Geschichte geschrieben hat. Es war hier nur ein Minute vorhin. Ich bin sicher, dass es hier irgendwo ist. Okay, dann. Es ist ein Abenteuer. Kommt, Stanley. Lass uns die Geschichte finden. Okay. Schaut interessant aus. Vor allem, da ich ja... mehrere Wege gehen kann, die irgendwie absolut... Das ist sehr interessant. Kann jede Menge Türen einfach... umgehen. Ich sage es. Das ist die schlimmste Abenteuer, die ich noch nie war. Ich kann euch sagen, dass es definitiv hier eine Geschichte gab. Ja. Müssen wir... müssen wir das Spiel wieder wieder starten? Nein. Ich finde es unmöglich, dass wir immer wieder progessen werden, indem wir wieder und wieder wieder starten. Aber es muss besser sein, als das. Okay, lass uns einen Schuss machen. Warum nicht? Okay, wieder am Anfang. Wir wissen es Bescheid. Stanley hat entschieden, zu gehen. Vielleicht hat er einfach eine Memo verloren. Mhm. Gut. Schön. Der will mich doch einfach nur... Ja, verarschen. Okay. Interessant. Schöne Bilder wieder mal. Also gehen wir zurück. In Ordnung. Mal sehen, ob wir irgendwas finden. Aha. Ich wusste, dass wir etwas missen würden. Die Geschichte. Hier kommt sie. Ja, okay. Im Kreis laufen. Warte, warte. Keine Ahnung. Nicht die Geschichte. Okay. Lass uns den anderen Weg zurück. Und unsere Schritte zurückziehen. Wer will uns doch einfach nur hin und her schicken. Ja. Gut. Oh, das sieht schöner aus. Gefällt mir. Ja. Ich erinnere mich sowas von. Ja. Was gefällt mir. Doch, klaro. Oh. Ja. 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 Ja.